Da schreiben Sie doch ein, wo Sie wohnen und wo Sie, ach nee, wo Sie geboren sind, muss ich sagen. Dresden, Dresden. In Dresden schreiben Sie rein, ich bin Sachse, das ist ja klar. Sachse? Ich bin der KS Sachse. Ja, natürlich. Ich bin Rheinländer. Wie kommen Sie auf Rheinländer? Meine Eltern sind Rheinländer, also bin ich auch einer. Wenn Sie in Dresden geboren sind. Das hat er erzählt, ist so ein Kimmel, wenn die Eltern, das hat er mit Dresden. Natürlich. Nein? Verstehen Sie es das? Lass dir das erläutern, Bub. Pass auf. Pass auf. Wenn die Eltern Rheinländer sind. Ja, ist klar. Ne? Da muss ich auch Rheinländer sein. Nein, das ist Quatsch, pass auf. Das ist eine Frage. Wenn Sie in Dresden geboren sind. Und geh mit deiner Kuchenbläsche weg, nehmen wir das. Pass auf. Wenn Sie in Dresden. Nein, das hat ja mit Dresden nichts zu tun. Das ist entscheidend Dresden. Ihre Eltern sind zwar in Köln geboren, aber Sie sind nicht. Meine Eltern sind in Köln geboren, sind sie rein. Nein, also was bin ich? Sachse. Nein. Natürlich, weil Sie in Dresden geboren sind. Können Sie den Latschen, glaubst du das? Wir brauchen das überhaupt nicht. Wenn die Eltern rein sind, muss ich doch rein. Ach, sowas verdreht ist, wissen Sie, ist ja halbernd gerade so. Wenn Sie in Dresden geboren sind, Sie Sachsen sind natürlich. Nein. Dort, wo Sie geboren werden, das sind Sie doch. Mensch, wenn eine Katze Fischgeschäft Junge kriegt, sind es doch keine Heringe.